Okay, dann würde ich mal sagen, wir haben jetzt lange gewartet, aber das Warten hat sich gelohnt. Er ist frisch geduscht und vor allem, finde ich, kriegt er jetzt mal stellvertretend einen Applaus für die ganze Saison, die uns... Vielen Dank. Dankeschön. Sehr viel Spaß gemacht hat unser Trainer Florian Kohfeldt. Es ist ganz, ich glaube, weltweit streng verboten, diese Frage in Interviews zu stellen, aber ich stelle sie trotzdem. Wie geht's dir gerade? Ja, doch. Eigentlich gut. Gut, also ich muss sagen, dass ich ja einen kleinen Hauch Enttäuschung natürlich habe, dass das große Ziel, was wir hatten, was wir wollten, heute nicht mehr realisiert wurde. Wobei das in Wolfsburg ja eine knappe Kiste war. Ja, ich habe bis zum Schluss gehofft. Nein, aber ich finde, dass man einfach sagen muss, Pokal-Halbfinale, 53 Punkte, ich würde mich extrem unglaubwürdig machen, wenn ich sagen würde, mit unserer Leistung müssen wir zufrieden sein dieses Jahr. Sie hat nicht dafür gereicht, was wir wollten, aber ganz, ganz viele Dinge haben wir erreicht. Wir stehen für was. Ich glaube, jeder, der hier hinkommt, weiß, was passiert und das ist was Schönes. Wir haben Spiele entwickelt, die Spiele haben sich entwickelt, nicht wir, die Spiele haben sich entwickelt. Und wir haben wieder eine Basis, auf der wir die nächsten Jahre dann ein paar mehr Punkte holen, damit das auch sicher reicht. Am Ende ist es jetzt Platz 8. Fühlt er sich an wie Platz 8 oder fühlt er sich irgendwie anders an? Ja. Ja, weiß nicht. Ich glaube, ich bin noch nie Achter geworden. Ich weiß nicht, ich habe keinen Vergleich. Nein, er fühlt sich aber ganz ehrlich nicht richtig gut an. Es ist Achter. Wir wollten was anderes, da müssen wir ehrlich sein. Und von daher der Fußball, die Art und Weise, das, was die Jungs auf den Platz gebracht haben, welche Leidenschaft, welche Begeisterung, die fühlt sich einfach geil an. Und ich bin dankbar, dass ich das miterleben durfte. Natürlich sollte man das nach so einer Saison nie tun, aber es ist am Ende auch richtig blöd, dass es zwei Punkte sind, die fehlen. Am Ende fallen einem wahrscheinlich 15 Spiele ein, wo man diese zwei Punkte mehr hätte holen können. Absolut, ja. Ja, ist blöd. Aber ich glaube, es macht keinen Sinn, danach zu suchen, wo die einzelnen Punkte sind. Das macht keinen Sinn. Dann können wir anfangen gegen Dortmund, wo wir es am Ende noch die Möglichkeit haben. Dann können wir vielleicht auch über das Heimspiel gegen Hoffenheim reden. Wir können über das 1-1 gegen Stuttgart reden, wo Stuttgart den Ball auf der Linie klärt, der Schuss von Nuri. Da würden mir 100.000 Situationen einfallen, wo wir noch zwei Punkte mehr hätten haben können. Aber, wo wir darauf achten müssen, ist, gibt es systematisch Dinge, mit denen wir Probleme hatten, wenn ein Gegner so gespielt hat oder so gespielt hat. Und das werden wir auf jeden Fall tun, weil, nochmal, das stand da oben an der Ostkurve, das fand ich eines der treffendsten Spruchbänder überhaupt. Mein Gefühl ist, und das ist dieses Gefühl, was ich gerne mit allen teilen möchte, ist, das war der Anfang, das war nicht das Ende. Was mir persönlich an der Saison total gut gefallen hat, und ich habe den Verdacht, dass es bei dir eigentlich ähnlich ist, dass Werder, finde ich, über die Saison eine Mannschaft war, wo man die ganze Zeit gesehen hat, das ist eine Mannschaft, die steckt total in einer Entwicklung. Also, die entwickelt was, die entwickelt sich, das hast du ja nicht bei jedem Verein. Bei vielen Vereinen ist es ja so, da sollen Sachen erzwungen werden, da hat man keine Geduld, da wird viel Geld investiert. Bei Werder hast du das Gefühl gehabt, nee, die drehen da an Rädern und machen das wirklich besser. Ist das so, dass du auch das Gefühl gehabt hast, das ist eine total entwicklungsfähige Mannschaft und wir sind auf einem Weg, der eigentlich auch sehr schnell vorangeht? Ja, er ging manchmal fast zu schnell, also, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ich teile dein Gefühl total, aber fußballerisch mussten wir wirklich sehr, sehr schnell sehr viel lernen und haben Dinge umgesetzt, die wir so gar nicht erwartet hatten, muss man ganz ehrlich sagen. Aber schön, dass wir es gemacht haben und auch da gilt, wir haben sehr viele Spieler, die einfach auch noch lange nicht am Limit sind. Also, auch wenn er eine überragende Rückrunde gespielt hat, Milot Raschica ist noch lange nicht am Limit. Und Maxi wird noch weiter wachsen, Jojo definitiv. Und Kevin Möwald geht mir so ein bisschen unter, der kam aus der zweiten Liga, der hat die letzten Spiele gespielt, wie einer, der 300 Bundesligaspieler hätte. Juja erwähnt es auch mal. Juja, Juja ist, das sind ja auch die Dinge, die dann einfach nicht perfekt gelaufen sind. Wir haben vorher gesagt, wir müssen am Limit sein, aber wir waren, viele Dinge sind passiert, die einfach nicht perfekt waren. Juja war vier Monate verletzt. Juja ist ein Top-Spieler in der Bundesliga, für mich ohne Frage. Er ist nicht der Strafraumstürmer, dafür haben wir ihn aber auch nicht geholt. Wie der sich im Zwischenraum bewegt, wie der ins Spiel lenkt, wie er es liest. So, und da wollen wir weitermachen an diesen Punkten. Kannst du denn für dich als Trainer eigentlich sagen, was sich... Der junge Peruano hat sich auch gut erledigt. Ach, der hat sich auch ganz gut erledigt. Wobei ich echt schon bei der Verpflichtung vor der Saison gesagt habe, das kann einer werden. Echt? Du hast Fußball verstanden. Kannst du jetzt analog noch zur vorigen Frage, kannst du als Trainer eigentlich sagen, welche Dinge sich für dich in dieser Saison entwickelt haben? Also welche Dinge, wo wir viel weiter sind, als noch vor dem Jahr, vor der Saison? Ja, ja. Mentalität ist, glaube ich, so ein Ding. Also ich finde, ja, das stimmt. Also wenn man so diese Entwicklung, als wir letztes Jahr dann so die Rückrunde begonnen haben, da muss sich auf jeder PK betonen, wir fahren dahin, um zu gewinnen, wir wollen mutig spielen und so weiter. Da fragt mich gar keiner mehr nach. Das ist irgendwie Selbstverständnis und das ist sehr schön, weil so müssen wir auftreten. Ich finde, eines der besten Merkmale dieser Saison ist, wir haben, nicht in jedem Spiel, aber wir haben es geschafft, wir haben gegen Bayern dreimal mit einem Tor verloren, zweimal davon sehr unglücklich. Ne, 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 wir haben verloren. Kein Applaus für Niederlangen, kein Applaus. Aber wir haben Dortmund geschlagen, wir haben Leverkusen geschlagen, wir haben Leipzig geschlagen. Und das sind die vier Mannschaften, die jetzt in die Champions League gehen. Und wenn ihr mich fragt, war es kein Zufall, sondern das sind Leistungen, die reproduzierbar sind. Das ist etwas, was ich gut finde, dass wir uns auf diesem Niveau so langsam sagen, hey, wir können das, das funktioniert, die Lösungen funktionieren, auch gegen die Topmannschaften. Das ist gut. Mentalität ist natürlich dieser Punkt, da kann ich nur alle Hüte ziehen, die ich habe. Wir haben nie aufgegeben. Also über die Saison gesehen, aber auch in jedem einzelnen Spiel nie aufgegeben. Und ich glaube, das ist auch etwas, was alle honorieren und wo wir den Jungs einfach dankbar für sein müssen. Ich habe letztes Mal in einer ganz anderen Thematik, habe ich mal ein bisschen recherchiert, was sich so in den letzten 20 Jahren in der Bundesliga geändert hat. Unter anderem, da ging es um Bayern, bin ich darauf gekommen, bei den meisten richtig guten Vereinen hat sich vor allem verändert, dass sie eine starke Bank haben, wo sie nachlegen können. Also bei den beiden war es früher auch so, die hatten elf gute Spieler, aber wenn die drei ersetzen mussten, war es eine deutlich schlechtere Mannschaft. Das haben die jetzt nicht mehr. Die haben gegen uns eine Bank gehabt, da haben Spieler auf der Bank gesessen, die waren dreimal so teuer wie unser Kader eigentlich. Jetzt ist das auf einer kleineren Ebene bei uns, habe ich auch das Gefühl, ist eigentlich bei dir auch so, dass man das Gefühl hat, Werder kann nachlegen und Werder kann ganz viel noch ändern während eines Spiels, ohne dass die Qualität runtergeht. Ja, das funktioniert meistens, aber ja, das stimmt, wir haben die Möglichkeit, auf verschiedene Situationen zu reagieren und das ist ein großes Kompliment an Frank, wie er das gemacht hat, das ist ein großes Kompliment ans LZ, weil da sind eine Menge Jungs dabei, die von uns kommen, einen Josh haben wir im Jugendbereich verpflichtet, einen Jojo Eggestein, Maxi habe ich schon erwähnt, aber das sind alles Jungs, die uns einfach diese Breite geben, ohne dabei an Qualität zu verlieren und das ist top, das ist für einen Trainer gut. Nächstes Jahr werden wir 20 Mann mit in den Kader nehmen können, es gibt ja eine Regeländerung und dann wird es umso wichtiger, gerade im Offensivbereich diese Breite zu haben, um auf Spielsituationen reagieren zu können. Und ja, von daher gebe ich dir total recht, das ist ein Qualitätsmerkmal, was wir haben, was eher ungewöhnlich ist für eine Mannschaft mit dem Budget, was wir haben. Um einen kleinen Ausblick noch zu wagen, wir haben ja letzte Saison tatsächlich auf vielen, vielen wichtigen Positionen neue Spieler gehabt und einen Umbruch gehabt, der so in der Tragweite lange nicht mehr passiert ist bei Werder. Gehe ich Rechte der anderen, dass wir in diesem Sommer keinen so großen Umbruch erleben werden? Ja, uns hat ein wichtiger Spieler jetzt verlassen mit Max, was betone ich auch gerne in dem Rahmen mal nochmal für mich persönlich, im persönlichen Verhältnis hat mir das sehr, sehr weh, weil ich Max sehr, sehr geschätzt habe, weil wir ein sehr, ich schätze ihn immer noch, weil wir ein sehr großes Vertrauensverhältnis haben, weil er eine prägende Persönlichkeit war die letzten Jahre und ich war leider nicht draußen, aber ich habe gehört, dass der Abschied auch angenehm war und das hat er auch mehr als verdient. Er ist damals gekommen in einer Lage, wenn er nicht Liebe für Werder gehabt hätte, wäre kein Mensch mit seiner Qualität vor drei Jahren hier hingekommen. Das müssen wir anerkennen und das hat uns jetzt drei Jahre sehr geholfen und jetzt sehe ich aber auch die Möglichkeit, weil wir eben so einen Kader haben, wie wir ihn haben, auch eine sehr große Chance da drin, weil natürlich Max auch sehr prägend war für unser Spiel, gewisse Dinge vorgegeben hat, die da nicht mehr zu verändern waren. Das wird nächstes Jahr etwas anders sein und um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, ich glaube und bin mir sehr sicher, dass er der einzige Stammspieler ist, der uns verlässt und dass wir den Rest zusammenhalten, die Gespräche sind geführt, die Jungs wollen diesen Weg weitergehen und dann gehen wir. Okay, dann würde ich sagen, ihr habt noch zwei Freundschaftsspiele, dann ist Sommerpause, freuen wir uns einfach alle gemeinsam, ob etwas was kommt. Ich mich auf jeden Fall. Florian Kohfeldt, liebe Freunde. Ich glaube, jetzt musst du Autogramme geben und Bilder machen, ehrlich gesagt. Sehr gerne. Dann mal los. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.